Du bist noch dieselbe, die du warst Als du mich zu dir gelassen hast Ich bin Titti immer hinterher gefahren, seit meiner höchsten Jugend und es beeindruckt immer wieder. Es war unglaublich. Es war eigentlich super. Wie immer, es war traurig, dass es wirklich die letzte Runde ist. Das letzte Konzert ist für uns heute. Ich muss sagen, wir hatten wirklich in den 50 Jahren viele, viele tolle Konzerte und schöne Abende. Aber dieser Abend war bis jetzt mit einer der Schönsten. Aber es kommen ja noch mal. Und die Sonne geht auf.